. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Funk beziehungsweise von Cinema Strikes Back, das zu Funk gehört. Mein Name ist Alper Turfan, und ich habe zu meiner digitalen Linkin ... Wer möchte links von mir sitzen? Lass mal überlegen, wir wohnen alle in Köln. Ich glaub, ich sitz links von dir, also im Podcast. Ach so, im Podcast bist du ... Ah, okay, gut. Können wir das nicht im Schnitt machen, dass das durchpuzzelt einfach? Nee, wir machen so was nicht im Schnitt. Nee, wir machen so was nicht im Schnitt. Das wär so witzig. Okay, dann hallo Jonas, hallo Marius, hallo Alper. Auch heute geht's wieder um wundervolle Filme, um genauso gute Serien. Und, okay, ob's heute um Comics geht, das weiß ich noch nicht. Aber diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube, da könnt ihr unsere Visagen sehen. Es gibt ihn aber auch auf Spotify, Deezer, iTunes und per RSS-Feed. Wenn man uns auf YouTube zuschaut, kann man das Ganze sogar herunterladen. Und heute drehen wir alles mal um. Und ich frag euch einfach mal in die Runde, was ist so das Beste, was ihr in den letzten sieben bis 14 Tagen so gesehen habt? Was könnt ihr empfehlen? Was sollten Leute unbedingt sehen? Oh, ich hab da eine große Empfehlung. Ich hab ja immer mal wieder meine Probleme gehabt mit dem Wes Anderson-Film. Das hat sich letztes Jahr ein bisschen gebessert, da ich Isle of Dogs gesehen habe. Ich fand auch immer, dass da G-Link Limited der beste Film von Wes Anderson ist. Und Wes Anderson-Fans sagen ja, das ist der untypischste Film für ihn. Ja. Und jetzt hab ich mir einfach mal auf Netflix The Grand Budapest Hotel angeschaut. Und ich muss sagen, ich glaub ... Zum ersten Mal, oder was? Und ich glaub, ich bin geheilt. Ich glaub, ich find Wes Anderson jetzt richtig geil, ja. Ähm ... Genau, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist so ein schöner Film. Also, wenn man die Wes Anderson-Filme kennt, dann weiß man ja, wie die aussehen. Da ist es hier nicht anders. Aber irgendwie hat der Film nicht im Vergleich zu anderen Filmen ... Aber kann man das so sagen? Ich find tatsächlich, dass der Look von ... Ja, es gibt definitiv Elemente und so von der Bildsprache her ist der ja schon sehr eigen. Aber ich find Grand Budapest Hotel ist noch mal so was ganz anderes als Isle of Dags oder der fantastische Mr. Fox. Gut, das sind natürlich Animationsfilme. Aber auch so was wie Bottle Rocket zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Oder Tiefseetaucher oder so was. Ja, jetzt schon. Also, so Tiefseetaucher und Rushmore und so ... Und wie heißen die, die Royal Ten-Baums. Ja. Hat mich alles nicht gecatcht, deshalb war ich immer so ein bisschen, okay, Wes Anderson ist nicht mein Fall. Und der fantastische Mr. Fox fand ich fantastisch. Äh, Isle of Dogs fand ich extrem geil. Und jetzt hier Grand Budapest Hotel auch. Und ich fand den auch überraschend witzig. Ja, ich auch. Weil ich immer so ein bisschen auch ein Problem hatte. Moonrise Kingdom hab ich auch gesehen, den fand ich auch nicht so geil. Ähm, so mit diesem Humor, diese, 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 auch dieses ganz ... Wie soll man sagen? Das ist immer so ein bisschen ... Die spielen alle immer ein bisschen mit so einem Understatement oder komplett overacted. Also, das ist irgendwie so ... Also, so komplett emotionslos auch ganz oft. Ein bisschen schrullig, ein bisschen hippiehaft auch. Ja, schrullig trifft, schrullig, schrullig trifft. Das fand ich ... Das fand ich ... Ich versteh auch, das ist ... Ich bin, ich kann dich so gut nachvollziehen, weil ich versteh vollkommen, es gibt ja viele Wes Anderson-Fans auf der Welt, und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es ist wirklich so objektiv betrachtet ein großartiger Regisseur. Aber seine Filme, oder einige seiner Filme, wären bei mir auf dieser ganz subjektiven, persönlichen 72er-Skala, die wir entwickelt haben, wären das gar keine so hohen Punktzahlen. Ja. So, ich hab auch mit dem so meine Schwierigkeiten. Ja, die haben mich ganz oft einfach nicht berührt. Und ich find so, Isle of Dogs ist so bisher sein berührendster Film. Es soll ja auch um Hunde gehen. Und jetzt The Grand Budapest Hotel. Budapest Hotel. Der hat mich doch, der hat mich dann wirklich überrascht. Und ich freu mich jetzt umso mehr auf seinen neuen Film, The French Dispatch, mit Timothee Chalamet. Ja, da freu mich auch. Wann kommt der? Ja, da sollte eigentlich schon letztes Jahr kommen. Klassische Frage, können wir dies ja nicht mehr stellen. Ja. Genau. Wie ist es denn mit dir, Marius? Hast du Berührungspunkte mit Wes Anderson? Es war bisher auch nicht so meins, aber ich wollt auf jeden Fall Isle of Dogs und Grand Budapest Hotel, die stehen auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Aber es hat mich bisher, also Royal Tormans hat mich auch nicht so gecatcht, muss ich sagen. Deswegen, tut ihm gefallen, guck. Also Isle of Dogs und Grand Budapest Hotel nacheinander in einem Abend, du hast einen wunderbaren Abend. Oh ja, das ist gut. Das ist echt ein schöner Abend. Nice. Vor allem auf Grand Budapest Hotel trifft einen Satz zu, zu dem es auch einen YouTube-Kanal gibt, nämlich Every Frame a Painting. Oh, ja, ja. Jede Einstellung, jede Szene ist wirklich wie ein Gemälde und zum Einrahmen. Nice. Ja. Das ist doch nice. Und ich hab in den... Sorry, wolltest du noch was sagen, Jonas? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich fand den auch wie immer halt richtig krass besetzt. Ja. Ja. Da geben sich ja... Wollen wir nicht drüber zu reden. Die Stars klingen in die Hand. Ja. Ich hab in den letzten sieben bis 14 Tagen eigentlich ist der beste Film, den ich gesehen habe, En Cendie, den ich auch in vorherigen Podcasts mal Incendies genannt hab, weil ich immer dachte, das wäre ein englisches Wort. Ist es aber nicht, was ich dann zu meiner Scham rausfinden musste. Aber tatsächlich, ich hab den Film zum ersten Mal gesehen. Ich will jetzt nicht noch mal über den sprechen, weil wir haben auf Cinema Strikes Back eine ausführliche Kritik dazu veröffentlicht. Und ich hab wirklich... Was soll ich sagen zu dem Film? Was hast du gedacht, was das für ein Wort ist? Ich dachte, Incendies wäre halt einfach Englisch. Ich hab nämlich gedacht, ich wusste auch, ich wusste nichts über den Film, ich wusste nur, dass ich ihn schauen will und ich hab so viel wie möglich Infos einfach gemieden, damit ich halt nichts davon erfahre und mehr überrascht werde. Ich hab immer gedacht, das ist ein spanischer Film. So Incendies. Für mich hat das irgendwie so spanisch geklungen. Ja, aber wusstest du nicht, dass das ein Denis Villeneuve-Film ist? Ja, aber trotzdem. Irgendwie so Incendies. Vielleicht hat er ja einen spanischen Film. Also, ich meine, dein Sicario spielt ja auch in Mexiko. Ja, und Enzendie spielt im Nahen Osten. Also, von daher. Aber, ähm, der... Ja, ja, also es gibt aber auch das englische Wort zu meiner Verteidigung Incendiary oder sowas. Aber gut. Okay, zu meiner Verteidigung, es gibt kein spanisches Wort, das Incendies heißt, glaube ich. Jetzt kommt's. Irgendwas Spaniös. Ich glaube nicht, ich hab's schon gegoogelt, ich hab's nur auf Französisch gefunden, Jonas. Oh, Moment. Dann Feuer. Feuer? Ach, tatsächlich. Auf Spanisch? In, 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 incendiar heißt, ähm ... Also, ich dachte, fuego heißt auf Spanisch Feuer. Ja, es gibt ja auch mehr als ein Wort für Feuer wahrscheinlich. Okay. Die Spanier, die Spanier haben drei Worte für Feuer. Incendiar, incendiar. Ähm, dann geb ich euch tatsächlich, also, bei mir steht entzünden bei incendiar, aber passt ja, geht ja auch genau in die Richtung. Dann geb ich euch die Wahl zwischen Neues aus der Welt, Miller's Crossing und Raya and the Last Dragon. Oh, da würd mich, ehrlich gesagt, deine Meinung zu News of the World, also Neues aus der Welt, noch am meisten interessieren. Das würd ich auch gerne wissen. Lass mich, lass mich das nur gerade hier, weil's so ein aktueller Film ist, nur ganz schnell abhaken zu Raya and the Last Dragon. Ähm, es ist der, einer der schönsten Animationsfilme, die ich je gesehen hab, vom Visuellen her, der ist teilweise wirklich atemberaubend schön. Von der Handlung her, fand ich das, war nicht meins. Es sind da, halt ein riesiges Autorenteam, das daran geschrieben hat, und es hat mich irgendwie nicht catcht, aber ein riesiges Kompliment an unsere gemeinsame Bekannte Christina, die in der deutschen Fassung die Synchronsprecherin, ähm, die die Hauptfigur gesprochen hat. Großartiger Job. Wirklich, Hut ab. Fantastisch. Und eigentlich auch ein echt schöner Film, den man definitiv mit den Kindern sehen kann. Neues aus der Welt. Doch, jetzt kommt. Ähm. Ein Rührstück. Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, ich fand ihn okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Problem hatte ich auch. Das ist fast schon, ich finde, das ist fast schon das Schlimmste, was man über einen Film sagen muss. Ach, nö, also, ich muss sagen, ich hab mich schon gut unterhalten gefühlt, und er hat mir schon Spaß gemacht, auch über die Laufzeit. Mhm. Aber das war's dann auch. Also, es ist definitiv auch kein Film, der in irgendeiner Weise hängen geblieben ist. Und ich find das immer ein bisschen, das ist schon kein gutes Zeichen. Ich fand's doch auch zu episodenlastig, dass sie sich so von Abenteuerchen zu Abenteuerchen gehangelt haben. Ich fand das immer so ein bisschen, ja, jetzt kommt hier der eine Bösewicht, jetzt passiert hier was in der Stadt, jetzt gibt's Abenteuer auf dem Land, und so was. Ich fand das so ein bisschen so zu episodenartig. Also, das war nicht flüssig genug für ein Western-Road-Movie. Kann ich, ich hab's jetzt nicht so empfunden, aber ich kann's verstehen, du hast doch schon recht, dass das definitiv auch so ist, dass die von Station zu Station wandern, das sehr klar abgetrennt ist. Muss ja nix Schlechtes sein, bei 1917 ist das zum Beispiel auch im extremen Maße so. Ähm, aber ja, also, ich fand den halt so ein bisschen, das klingt sehr hart, so hart mein ich das, so ein bisschen belanglos. So, am Ende hat mir das wirklich relativ wenig gegeben. Irgendwie hat mir da was, dass das gewisse etwas gefehlt. Aber klar, Tom Hanks, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ich freu mich sehr für Helena Zengel. Ich hoffe, dass ihr noch eine große Karriere gegönnt sein mag. Ähm, ja. Ich hab auch ein bisschen mehr, mir erhofft, dass dieses Zeitungvorlesen da mehr in größeren Stellen wäre, weil ich das mit am interessantesten eigentlich fand. Ich auch. Lustigerweise, ich auch. Und das halt, wie die Leute dann drauf reagieren, wenn man sich immer so denkt, oh, was haben die Leute eigentlich damals gedacht, als dann, keine Ahnung, irgendwas erfunden wurde, irgendwas Verrücktes. Ich dachte halt, es geht irgendwie mehr tiefer um die Frage, wo wir denn hingehören und was das ausmacht. Also, ob das das Aussehen ist, beziehungsweise unsere biologische Herkunft, oder ob das die Kultur ist, in der wir aufwachsen, dass das so eine diepe Frage in dem Film wird. Und am Ende wird es halt, in Anführungsstrichen, nur dieses, ja, zwei Außenseiterfinden zueinander Ding. Ich dachte halt so, okay, die Ureinwohner spielen eine größere Rolle. Wobei ich diese Inszenierung, dass es so ein bisschen mystisch gehalten ist, schon ganz cool. Also auch, da gibt es halt diese Szene am Anfang, wenn die durch den Regen ziehen, du siehst nur so die Umrisse und sowas. Das ist schon sehr stimmungsvoll inszeniert. Immer nur aus der Distanz gesehen werden und so, in Totalen, und da hast du schon absolut recht. Ich finde halt, es ist schon bezeichnend, ich kann eigentlich so viele Dinge nennen, die ich in dem Film toll und interessant fand. Gleichzeitig aber, ich habe den wirklich vor drei oder vier Tagen jetzt gesehen und ich habe seitdem nicht nochmal dran gedacht. Und der ist so, der war so, der ist halt zwei Stunden lang und der findet davor in deinem Leben nicht statt und der findet irgendwie danach in meinem Leben halt auch nicht statt. So, der ist halt einfach raus. Und wenn ich das einfach vergleiche mit Filmen wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel und insbesondere En Cendie, über den ich ja eben auch gesprochen habe, Die Frau, die singt, die Frau, die singt, hängt mir immer noch so im Hals. So, das ist einfach so, aber von daher, es ist ja auch jetzt nicht der Kritik, ein Film muss ja nicht unbedingt nach. Das ist auch ein geiler Ausdruck. Filme, die im Hals bleiben. Ja, ja. Es ist halt, ja, ja, ich glaube, ich bin da schon genau bei eurer Meinung. Aber ich fand es cool, dass Tom Hanks, ich habe am Anfang gedacht, dass der ein Nordstaaten-Soldat oder Offizier gewesen ist, aber war dann Südstaaten-Offizier. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ja eigentlich immer ganz auf den Filmen dann so die Good Guys, so die Nordstaaten-Leute sind. Ja, ich finde, das hat er aber ganz gut aufgelöst, ähm, dieses Good Bad, dass es auch ein bisschen grauer wurde alles. Ja, auf jeden Fall. Also, dass die halt als Erz Invasoren gesehen wurde, für Leute, die eigentlich auch Invasoren sind. Ähm, also dieser ewige Kreislauf von sich gegenseitig, ähm, ja, auf den Schlips treten. Ja. Um es mal ganz gut auszudrücken. Aber ich fand es trotzdem nett, Tom Hanks auch mal in einem Western zu sehen. Und dieses Setting hat mich eh immer relativ schnell, äh, gecatcht, von daher. Ja. Jemand hat es auch unter die Kommentare geschrieben, er hat irgendwie zum, jetzt habe ich die Zeit nicht mehr im Kopf, zum x-ten Mal einen Käpt'n gespielt. Ja, stimmt. Stimmt. Was hast du denn, Marius, äh, für, was hast du gesehen in den letzten sieben Tagen? Oder gespielt, oder gelesen? Ich habe gar nicht so viele, äh, krasse neue Sachen geguckt. Ich habe mir tatsächlich noch mal Spaceballs angeguckt. Ach. Am Wochenende. Ähm, ja, ich finde, macht immer noch Spaß, gerade wenn man, ähm, natürlich Star Wars gesehen hat. Ähm, aber es ist nicht der beste, es ist nicht der beste Matt Brooks, muss ich tatsächlich sagen. Der lebt von diversen Szenen. Äh, aber zwischendrin ist es schon ein bisschen, ah, da geht mehr. Ich finde, der hat so ein paar Kracher, der hat so ein paar extrem gute Gags. Ja. Ich finde halt in der deutschen Synchro, äh, Möter ist großartig, halb Mensch, halb Köter. Ja, Mensch, halb Köter allein, das ist so. Mein Lieblingskrieg ist, wer durch Cam die Wüste. Ja, ich kenne sie. Oder ich mag die Szene, wenn die, äh, den Film einlegen und zurückspulen. das wollte ich nämlich sagen, die VHS-Stelle, die finde ich auch so herrlich. Ich finde es halt auch geil, dass durch Cam die Wüste, dass es auch im Deutschen funktioniert, aber wahrscheinlich in anderen Sprachen überhaupt gar nicht. Oh. Frage ich mich auch. Im Deutschen funktioniert leider super viel ja gar nicht, ähm, von so bedeutigen Witzen. Ähm, äh, wie heißt denn der im Englischen dann? Also die Pizzafresse, ne? Pizza the Hut. Also Pizza Hut und Jabba the Hut und im Deutschen ist irgendwie nur die Pizzafresse oder sowas. Ah, okay. Naja, das sind halt so Wortspiele, dann durch die Synchro halt zwangsweise verloren gehen. Ja. Ich mag aber auch den Anfangsgag mit dem elendig langen Sternzerstörer. Das ist einfach, das ist für mich einer der geilsten Filmanfänger überhaupt. Meine, meine absolute Lieblingsszene ist, ähm, es ist mit John Hurt und dem Alien. Wenn es dann da rauskommt, again. Ach ja! Das ist ja quasi so mit der Endgag und dem Tanzen. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist so großartig. Und vor allem, dass er wirklich John Hurt und er sagt, oh, not again. Ja. Chestburster. Ist, äh, 87, hab ich grad mal anguckt. Der sieht nämlich irgendwie älter aus, hab ich das Gefühl. Also, er ist schon ein bisschen trash egal. Also. Ja. Ja, Mel Brooks ist allgemein immer so eine Sache. Ja. Da muss man auch so ein bisschen in der Stimmung sein, finde ich. Aber ich mag ihn. Vorher Filme in Sin, die sahen tatsächlich auch besser aus. Aber jetzt lag es wahrscheinlich auch im Sci-Fi. Aber Frankenstein Junior zum Beispiel ist viel, viel besser, finde ich. Auch vom Humor her. Nun gut. Was hast du denn, Marius, du hast ja ein paar News mitgebracht. Ja, ja. Ach so, Quatsch, wir wollten noch über Dings sprechen. Ich erinnere mich, ja. Im Filmclub haben natürlich alle zusammen was gesehen. Der Filmclub. Der Filmclub. Der Filmclub. Und zwar, es gab die Hausaufgabe und für alle, die ihn auch geguckt haben, die können natürlich in den Kommentaren auch gerne mitdiskutieren und inhaltlich teilhaben an diesem Gespräch über Subura aus dem Jahre 2000. Oder auch 15, genau. Oder auch pausieren und den Film gucken und dann hier weiterhören. Das geht natürlich auch. Oder Podcast hören, Film gucken, nochmal Podcast hören. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was spoilern zu dem Film. Ja, definitiv. Ich glaube, das wird nicht zu verhindern sein. Der Film, nach einem Roman, und zwar ein gleichnamiger Roman, davon gab es später auch noch eine Prequel-Serie 2017 auf Netflix, drei Staffeln. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich auch nicht. Und das soll es darum auch gar nicht gehen heute. Regie in dem Film hat ein gewisser Stefano Solima geführt. Solima. Solima. Ja, und es geht und die Tagline des Films ist Rome will fall. Es geht um das Jahr 2011, ähm, um die Regierung Berlusconi und um die Mafia und um den Vatikan und in 135 Minuten wird sehr viel Story reingeballert, sehr viel reingedrückt. Ähm, ein sehr deprimierendes Werk, ein sehr ernüchterndes Werk. Ähm, ja, was ist eure Meinung dazu? So grob, so über, so roundabout über diesen Film. Also bei mir, ich fand den, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Mir hat der sehr gut gefallen. Ähm, vor allem, so diese Aufteilung, das dann auch immer, das wird ja auch so gespielt mit noch sieben Tage bis zur Apokalypse und dann der Tag der Apokalypse. Das fand ich ein schönes Element, aber was mich, ähm, mit am, äh, also was ich mir am besten fand, war der Soundtrack, weil witzigerweise die Band, die die meisten Tracks für den Film geliefert hat, äh, M, ich glaub, Mighty Three heißen die, M83 wird's geschrieben, ähm, die finde ich, die hab ich tatsächlich schon live gesehen und finde die auch ziemlich cool und ich finde, das hat, ähm, dem Film, ähm, sehr gut getan. Also, ich mochte so, wie immer wieder zwischendurch Rom gezeigt wurde, wie auch mal, ähm, einfach so kurze, stille Momente zwischendurch, einfach so, so, Sequenzen, äh, in denen nur mit der Musik, also die Musik gespielt wurde und dann, ähm, Szenen aus Rom gezeigt wurden, das fand ich extrem geil. Mich hat das, mich hat das so ein bisschen an Scarface vielleicht sogar ein Stück weit erinnert, wenn die, wenn diese sehr bedächtige Musik, so sehr, diese Sinti-Musik so sehr im Kontrast steht zu dem Brutalen, was da passiert, eigentlich dieser, dieser Schönheit im Soundtrack und diesem sehr langsam und, ne, ähm, und dann halt der, der ganzen Brutalität in der Handlung, in diesem Polit-Thriller, der ja beginnt mit einem jungen Mädchen, das, äh, bei einem Drogenrausch ums Leben kommt. Beim Bunga-Bunga. Beim Bunga-Bunga, genau. Passt jetzt. Ähm, ich fand den, ehrlich gesagt, so ein bisschen hinten raus, also, erstmal, man sollte noch dazu sagen, der, ich hatte große Erwartungen, denn das ist ja so ein kleiner Kritikerliebling und auch, hat auch viele Fans der Film und der gilt als großes Kino. Am Ende dachte ich mir, es ist ein krasser Einblick in die, in die Machenschaften der, der italienischen Politik, inwiefern das dann wirklich so ganz genau mit der Realität zusammenhängt, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall faszinierend und da hat mich das auch so an Filme wie Traffic oder Tropa der Elite 2 erinnert, vor allem, weil es halt auch einfach so viele Erzählstränge gibt, einfach so viele Figuren und so vieles, was parallel und gleichzeitig passiert. Am Ende habe ich, saß ich dann aber doch da und hatte einige Fragen, von denen ich recht enttäuscht war, dass sie nicht beantwortet wurden. Ich finde nämlich, man verliert so ein bisschen, dadurch, dass es so viele Erzählstränge sind, ist es auch so komplex und ich habe so ein bisschen das Gespür für einzelne Erzählstränge so ein bisschen verloren. Ein Beispiel, was ich damit meine, ist, Samurai, dieser Typ, dieser mystische Typ, der von der Mafia-Familie aus dem Süden kommt und da in Rom, in diesem Vorort Ostia, irgendwie dieses Gesetz durchbringen möchte und dafür alles in die Wege leitet. Und dann kommt es zu dieser Verstrickung, dass er eigentlich plant, diesen Nummer 8 und seine Freundin, weil ich habe mir ihren Namen aufgeschrieben, Viola, zu ermorden. Sie schafft es zu fliehen und dann fand ich es irgendwie relativ, also ich sah es einfach mit einem Fragezeichen, weil es passiert ja dann, dass sie ihm vor seiner, vor dem Haus, also vor dem Haus seiner Mutter, genau, dann abfängt und ermordet. Mhm, ja. Ist es so einfach, diesen mystischen Typen Samurai zu ermorden? Aber ... Wie konnte er Viola vergessen? Und er weiß doch, dass sie existiert und wozu sie fähig ist, weil er das ja eine Szene vorher, es ist eigentlich das, was direkt vorher passiert, aber halt im Film eine Stunde vorher, äh, sagt er noch ihren Namen und er weiß, dass sich schon zwei Typen irgendwie umgebracht hat. Aber ist das nicht vielleicht das Sinnbild, weil es geht ja generell auch um Rom und auch die Geschichte von Rom und das ist ja was mit, hat ja das mit Dekadenz auch zu tun. Ja, diese Überheblichkeit. Und das alte Rom gefällt wie eine Üblichkeit und es wird ja am Anfang gesagt, wie, der Typ läuft ja ganz alleine rum, ja, der ist so mächtig und keiner wird dem jemals, der weiß Dinge, dem wird niemals jemand ans Bein pissen oder den umbringen wollen, der ist sich einfach zu selbstsicher und das nutzt sie ja quasi dann aus. Aber ist das so, weil er geht ja gezielt dahin, um da einen Massaker anzurichten und sie und Nummer 8 zu töten? Ja, er ist sich halt... Um sie aus dem Geschäft zu zählen. Vielleicht ist er halt, dann ist das dann eine Überheblichkeit, die ihn dann später den Kopf kostet. Aber warum ist er dann nicht vorher schon überheblich und scheißt auf Nummer 8 und sie? Und geht da dann hin? Ich glaube, das ist so ein Machtzeichen gewesen. Ja, und so ein Zeichen Respekt. Nummer 8 ist ja schon quasi der Sohn seines ehemaligen Kompagnons, beziehungsweise der ehemalige Mafia-Gang-Boss aus diesem Vorort, aus diesem Hafenort und der ja auch eine gewisse Macht hat. Ja. Eine gewisse Bedrohung. Also ich glaube, dass er sich da wirklich bedroht fühlt, aber von einer Drogenabhängigen jetzt nicht erwartet, dass sie ihn umbringt, dass sie vielleicht irgendwelche Handlanger umbringt. Aber er hat sich halt relativ sicher gefühlt. Na, direkte Handlanger und Freunde vom Dings. Ja. Von diesem... Bitte? Ich fand's aber auch so witzig, dass der am Anfang halt durch den Regen mit so einem Moped fährt. Ja! Ja, genau! Aber zumindest einen Helm auf. Ja, ja, ja. Aber ist doch so... Ähm, ja. Aber mehr noch, ich fand dann, dass der am Ende so ein bisschen im Nirgendwo endet. Ich hab mich gefragt, was passiert jetzt mit dem Kind und dem Abgeordneten, also dem Abgeordneten und seinem Sohn? Was ist eigentlich, das wurde auch nie erzählt, mit Sabrina passiert? Ähm, was genau war jetzt an der Apokalypse anders als an den Tagen zuvor? Also ja, die Regierungskrise, aber keine Ahnung, also ich hab das Gefühl, in Italien ist alle zwei Wochen Regierungskrise. Ähm, ja. Und was passiert dann auch noch mit dem, mit dem, ähm, boah, mit diesem einen Typen, der den einen Typen anbringt? Also, für den Abgeordneten heißt das ja, er verliert seine Immunität. Ja, ja. Damit ist er halt für seine quasi Verbrechen ja haftbar. Ich glaub, das ist ja sein großes Problem und ich mein, es geht hier um tatsächlich um die, es wird, glaub ich, nie explizit erwähnt, aber tatsächlich, es geht hier um die Regierung Bundeskone, die im November 2011 zurückgetreten ist. Ja. Ähm, und das ist ja schon ein, ein, keine Ahnung. Ja, okay, das war schon heftig und die waren ja schon, ich mein, die waren ja relativ lange auch am Start, ne? Ja. Also, schon ein Riesending. Das mit dem Papst haben sie, das mit dem Papst haben sie, das hab ich nicht so ganz verstanden den, 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 den Part. Tatsächlich, also der Papst, kurz Funfact, Benedikt XVI. ist 2013 zurückgetreten, ähm, hat das, ähm, auch im selben Jahr verkündet, also das, das haben sie quasi so dazu gedichtet. Ich finde, den ganzen Vatikan-Plot hätte man rausnehmen können oder noch verdichten müssen, weil das war so, ja, oder ähnliche Verbindungen dazu. Ja, okay, die Vatikanbank hängt halt auch irgendwie mit drin, ja, aber ich dachte, oh, scheiße, ich hab mir, ich hab nichts angelesen zum Film vorher, und ich dachte, hey, ist das vielleicht echt geil, dass der Papst irgendwie jetzt gerade so die Einrichtung bekommt, dass die Apokalypse kommt und die Welt geht wirklich unter? Das wär nämlich geil gewesen. Das wär lustig gewesen. Ich glaub, aber es ist nochmal, es ist nochmal was anderes, wenn man sich da, wenn man Italiener ist beispielsweise oder sich mit der italienischen Politik auskennt. Da waren definitiv bei mir Bildungslücken, die wir, glaub ich, den Film noch schmackhafter hätten machen können, aber ansonsten fand ich den handwerklich und vom Spannungslevel her auch genauso wie Jonas echt ziemlich geil. Ich find, der hat die Daumenschraube immer so ein bisschen mehr angezogen, aber vielleicht das Finale, es war halt nicht die Godfather-Szene aus der Pate, ne? Also, es ging so in die Richtung, aber ich fand das auch, ich fand das eigentlich, ich find, man hat dem Film so richtig angemerkt, dass das so eine Abrechnung mit dieser Regierung war und mit Korruption und allem und dass da echt Leute, also, dass da jemand dahinter stand, der wirklich wütend ist über Ungerechtigkeit und ich stell mir vor, ich stell dir vor, so einen Film gibt's in Deutschland irgendwie, weil so irgendwie, ich kann irgendwie nix Vergleichbares, äh, das wäre doch mal krass. Schwarzgeldkonten-Affäre und so ein Kram kannst du durchaus, da gibt's genug, die Bartler-Affäre und so ein Kram, da gibt's ja genug Staff. Es gibt genug Affären, definitiv. Aber halt auch so ein richtig fetter Gangster-Film draus machen. Ja. Was ich, was ich, ähm, ganz interessant fand von der Inszenierung, dass der quasi mit diesen vier Grundelementen gespielt hat, also Feuer, Wasser, Wind, Erde, Erde auch ein bisschen, aber am Anfang brennt halt diese Strandhütte ab, es ist sehr windig und es regnet die ganze Zeit, so, dass diese Kraft der Elemente, also auch dieses leicht apokalyptische halt am Anfang vor allem, ähm, eine große Rolle spielt. Naja, es hat sich ein bisschen verloren. Zu diesem Thema dichte Musik, ich fand's tatsächlich am Anfang ganz cool, diese atmosphärische, dieser Soundteppich, am Ende ein bisschen drüber, passt für mich nämlich dann eher so bei Leute, die wirklich am Meer stehen und irgendwie so eine große Erkenntnis haben, so ein persönliches Trauma, dafür waren mir die Figuren dann persönlich zu distanziert von mir selber. Also, ich fand's spannend zu sehen, was mit denen passiert, das ist klar, ich muss, keine absoluten Good Guys und sowas drin haben, damit ich nachfühlen kann, was mit denen passiert, aber für mich war das halt alles Leute mit Dreck am Stecken und dann brauch ich halt nicht so diese Epik, dieses, oh, und es ist so sphärisch und sowas, das war mir dann ein bisschen zu drüber, muss ich sagen. Und ich fand den Look nicht so geil, es hatte so eine digitale Kühle, der ganze Film. Ja, bei mir absolut, also ich persönlich stimm dazu, bei mir war es einfach so, dass sich die Musik am Ende Richtung Ende ein bisschen abgenutzt hatte. Also, ich hatte wirklich so diesen Moment, dass ich dachte, kam genau dieser Song jetzt nicht schon zwei, drei Mal vor? Ich glaube, ich glaube, es ist auch so. Das hatte sich dann am Ende einfach ein bisschen abgenutzt, aber das sind alles, also, das ist ja auch immer wieder die Sache, ob man jetzt subjektiv oder objektiv über diesen Film irgendwie versucht zu sprechen. So ganz subjektiv hatte ich echt so ein paar Probleme mit dem Film, genau auch teilweise die Sachen, die Marius genannt hat. Aber objektiv, ich fand das auf jeden Fall fasziniert geschrieben, wie verzahnt diese gesamte Handlung war und wie sich das so langsam entfaltet hat in Richtung Apokalypse. Wie gesagt, wenn ich da mich noch ein bisschen besser ausgekannt hätte, hätte ich da noch mehr rausziehen können, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr interessanter Film. Und Testosteron, der Film. Ey, diese Bunga-Bunga-Szene am Anfang, die ist ja auch nicht gerade kurz. Ja. Das stimmt. Ja. Übrigens, was soll ich sagen? Wisst ihr, was Subura ist oder war? Ja. Ja. Antikes römisches Rotlichtviertel mit einem tollen Ausblick auf Monumentalbauten. Geil. Passt ja perfekt. Passt ja perfekt. Ja, wunderbar. Also es wäre quasi, als ob du das, wenn du es hier in Köln drehen würdest, äh, Ehrenfeld. Oder nee, Ehrenfeld! Das rote Ehrenfeld! Das geilste, Bilderstöckchen! Nee, Eigelstein! Eigelstein hieß das Ding. Nee, aber stell dir vor, es gibt einen Kölner Gangsterfilm, der heißt Bilderstöckchen. Geil. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es ein Kölner Stadtteil gibt mit dem Namen. Jetzt wisst ihr es. Wieder was gelernt. Aber ich finde halt echt sehr viel, sehr viel Zeug in diese knapp zwei Stunden, knapp über zwei Stunden Film. Vielleicht funktioniert es als Serie ja besser. Jetzt hat die keiner gesehen. Wenn einer da draußen die Serie gesehen hat, bitte mal schreiben, ob die geil ist. Ich will noch etwas dazu sagen, weil ich habe mich gefragt, was hat Stefano Salima so als nächstes vor, ein Schabernack. Und da gibt es etwas ziemlich Interessantes, was da kommen wird. Und das ist nicht nur ziemlich interessant, also man muss auch wieder dazu sagen, das ist auch wieder so wirklich so ein klassisches Männer-Männer-Ding. Genau wie Sicario Soldado es war und genauso wie Subura auch ist. Aber ich muss sagen, so allein die Namen, das macht mich schon ein bisschen hellhörig, wobei das viele nicht nachvollziehen werden können. Ich rede von 2021 soll erscheinen ein Film namens Without Remorse, also ohne Reue müsste das ja heißen auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißen wird. Der ist geschrieben von Taylor Sheridan. Oh! Taylor Sheridan ist auch kein Unbekannter, der hat nämlich zum Beispiel Hello Highwater geschrieben oder Sicario oder auch die Frontier-Trilogie. Genau. Also ein sehr interessanter Typ, auch Wind River hat der zum Beispiel, der hat den auch inszeniert und geschrieben. Das Ganze basiert auf einem Buch von Tom Clancy. Oh. Da weiß man ja auch, in welche Richtung das ungefähr gehen wird. Und in der Hauptrolle ist zu sehen und das ist einer meiner persönlichen aktuellen Lieblingsschauspieler, vielleicht wird echt so weit gehen. Nämlich Michael B. Jordan. Ja. Geil. Also interessant, der soll angeblich am 30. April auf Amazon Prime Video erscheinen. Interessant. Guy Piers spielt auch mit. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob wir diesen Filmclub fortführen sollen und ob wir den nicht sogar öfter machen sollen, ob Woche für Woche. Und schreibt mal eure Vorschläge hinein und dann schauen wir mal nächste Woche, welchen Film wir daraus picken. Also, ab in die Kommentare mit euch auf YouTube. Also, ich will es weitermachen. Sollen wir das öfter machen und welchen Film sollen wir als nächstes besprechen? Oh yeah. Ja. Macht schon Spaß, ne? Aber vielleicht können wir auch das bald wieder im Kino machen. Oh ja. Ich habe ein paar Neuigkeiten mitgebracht aus den USA und zwar die Kinos durften wieder öffnen und zwar jetzt im März und die Auflage war halt maximal 50 Leute oder 25 Prozent Kapazitäten. So, jetzt ist das Kino-Wochenende gestartet und viele Leute haben gesagt, Kino ist eh tot und keiner geht mal hin. So, und man kann jetzt wirklich sagen Cinema Strikes Back in den USA. Ähm, kurz zum Vergleich. Also, im März vorm Lockdown 2020, letztes Jahr, da lagen die Kinoverkäufe bei roundabout 101 Millionen US-Dollar. So, kurz bevor die Kinos schließen mussten. So, danach schrumpften die Wochenendverkäufe auf rund 196.000 US-Dollar. Von 100 Millionen auf 100.000 quasi. Ja. So, jetzt sind die Kinos wieder eröffnet worden und jetzt am 5. und 7. März diesen Jahres äh, wurden schon wieder 25 Millionen US-Dollar umgesetzt. Das ist nicht schlecht. An einem Wochenende im Vergleich zu diesen 100 Millionen in einem Monat. Ja. Zum Vergleich, ähm, an Weihnachten kam ja Wonder Woman in den USA auch in die Kinos und da wurden Einnahmen von 23,8 Millionen Dollar umgesetzt. Okay, aber Moment, wir kommen grad durcheinander. Die haben, Kinos in den USA hatten an einem Wochenende 100 Millionen, nicht in einem Monat, oder? Wochenende, ja. Dann hätten die an einem Wochenende, okay. Also, sind wir wieder auf einem Viertel von dem Vor-Corona-Niveau. Und das sehen alle super als positives Zeichen. Also, die Leute wollen ins Kino gehen. Klar. Es wurde mehr Tickets verkauft als jetzt so ein Kracher wie jetzt, also Wonder Woman können wir mal als potenziellen Kracher sehen, was zumindest die Kino- Ticket-Vorkäufe angeht. Ähm, wurde jetzt mehr umgesetzt. So, und das sehen Leute, aus denen es tatsächlich jetzt als Wendepunkt Kino ist nicht tot. Und es gilt als das erste normale Kino-Wochenende seit Ausbruch der Pandemie. Und das ist, finde ich, ein ziemlich gutes Zeichen. Es liefen, ähm, unter anderem, das liegt auch am Line-Up so ein bisschen, es lief zum Beispiel auch Raya dieses Wochenende, oder das letzte Wochenende an, hat 30 Millionen, ähm, äh, Quatsch. Äh, Quatsch, sorry, der hat 8 Millionen eingespielt an dem Wochenende, 8 Millionen 1 Dollar. Und das trotz, dass der Film bei Disney Plus für 30 Dollar zu haben ist, gleichzeitig, ne? Ihr könnt ihn ja, wenn ihr den Plus habt, könnt ihr den vorab buchen. Die Leute haben Bock auf Kino. Ja, und viele Kinos haben den Film deswegen auch gar nicht gezeigt in den USA, weil sie gedacht, naja, der läuft Disney Plus, Leute gehen nicht rein. Und trotzdem hat der Film halt schon mal 8 Millionen umgesetzt. Und ich kann dir sagen, dass jetzt verschiedene Kinos wieder nachziehen werden. Ja. Wir haben's, wir sagen's ja jetzt auch schon seit Ausbruch der Pandemie. Es war klar. Überrascht euch das? Ich find's einfach beruhigend, so eine Bestätigung, dass die Leute ins Kino gehen wollen. Und, äh, zum Beispiel Tom und Jerry, die neue Verfilmung lief an, hat auch 6 Millionen eingespielt, Chaos Walking, 3,5 Millionen. Also, es läuft schon an, und, ähm, ich glaub, bei Warner und sowas, das kam auch an bei denen, meinen einige Kronenbetreiber in den USA, und dass nicht alles auf Streaming umgesetzt wird. Also, hurra! Dune! Dune! Cinema Strikes Back. Dune! Cinema Strikes Back, so sieht's aus. Ja, Mann. Nie war unser... Ja, wann kommt endlich Dune, verdammt nochmal? Ja, also, ich finde auch, bringt mir Dune. Wenn's drauf hinausläuft, dass alles parallelläuft, ja, so what, ich geb keine 30 Euro für... Ich geb für 30 Euro ins Kino! den Film zu Hause aus, no way! Äh, wenn der im Kino läuft, geh ich immer ins Kino. Es wär dann cool, wenn so, wenn du einfach so ein Tagesskett kaufst fürs Kino, und du kannst einfach die neuesten Filme so hintereinander sechs Stück anschauen. Oh, na, Alter! Was war euer Rekord? Ja, wobei sechs Filme sind. Was ihr einen Tag an Filmen geschafft habt? Hintereinander? Ich... Oh, ich hab mal an einem Wochenende versucht, alle Bonds zu gucken, die damals draußen waren. Also, da hab ich schon so vier, fünf, sechs Filme. Bestimmt. Oh, ist schwierig zu sagen. Also, mir ist die Zahl auch nicht so hoch. Also, ich komm mit drei Filmen am Tag, komm ich gut aus. Drei ist okay. Danach setzt halt volle Pulle mein ADS ein. Meistens schon beim dritten Film. Aber dann, also, mehr als drei Filme ist bei mir. Aber ich hab auch, es gab schon mal Tage, wo ich, glaub ich, vier Filme oder sowas schon mal gesehen hab. Aber tatsächlich nicht mehr. Moment, ich glaub, im Juli hatte ich mal so einen Samstag frei und mir gedacht so, jetzt gucke ich von morgens bis abends Filme und hab sechs Filme hintereinander geschaut. Und das Beste dran war, alle sechs waren gut. Also, es gab keinen Durchhänger. Lass mich noch mal kurz schauen. Was waren das denn? Welche waren's denn? Das war ... Ne, das ist ... Das ist eine Kurzfilmsammlung. Ich hab auf jeden Fall, ähm ... Wie heißt denn der? Boah, ich bin richtig schlecht gemorren mit Filmtiteln. Nee, nee, nee. Das war alles neue Filme, die ich schauen wollte. Hook, eins bis sechs. Da war sechsmal Hook gesehen. Genau, da war ... Also, die du vorher noch nicht gesehen hattest. Dabei, Knives Out. Ford vs. Ferrari. Äh, Les Miserables. Oh. Ja. Der ist nice. Genau. Also, der, äh, diese ... Der neue. Also, dieser französische Film, der in Paris spielt. Genau. Nee, nicht das Musical. Ähm, Dora and the Lost City of Gold. Also, Dora the Explorer. Der war ganz okay. Ja, der war ganz okay. Okay. Ja, schon. Wie ist der? Der hat aber Spaß gemacht. Ist der Indiana Jones für Kinder? Und? Ja, der soll echt gar nicht so verkehrt sein. Das war noch fünf, sorry. Aber der letzte Film, okay, das war ein bisschen Durchhänger. Okay, der war wirklich nicht gut. Midway von Roland Emmerich. Über die Schlacht von Midway. Das ist, ey, das ist wie Pearl Harbor. Den hab ich auch nicht gesehen. Hinten dran noch ein Roland-Emmerich-Film. Aber ist Pearl Harbor nicht schon Pearl Harbor in Schlecht? Ja. Und Midway sieht nicht geil aus. Immer noch? Ist so viel animiert, sieht so scheiße teilweise aus. War ich echt überrascht. Obwohl ich ja eigentlich so ein, ich hab so ein Guilty Pleasure verlangen nach Roland Emmerich-Film. Nach diesem Blockbuster-Film von ihm. Hm. Ja, ja, ich weiß das schon. Genau. Wahrscheinlich, weil er aus dem selben Bundesland kommt. Du fühlst dich verbunden. Naja. Ich hab das jetzt eher dieses klassische Binge-Watching, statt halt so Filme am Stück gucken. Also, wir haben ja für The Witcher damals die Gespräche, alles am Stück guckt. Aber ich hab zum Beispiel, als die vorletzte Staffel Black Mirror rauskam, war ich so verrückt, fand's alles geil soweit. Und hab die einfach komplett am Stück geguckt. Auch nachts dann weiter, obwohl wir am nächsten Tag arbeiten. Stimmt, das war auch krass, als wir das gemacht haben mit Witcher. Da hab ich nämlich am nächsten Tag, glaub ich, komplett Watchmen geschaut. Und den Tag darauf komplett Expanse. Ja, da hab ich aber auch ... Es hat Spaß gemacht, aber es war vielleicht ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel. Ja, ich hab's ja schon oft erzählt, alle Nolan-Batman-Filme im Kino gesehen. Und da war The Dark Knight Rises neu. Und ich hatte einfach nicht mehr die Konzentration für diesen Film im Kino. Weil der auch noch der längste von einem ist. Wenn du schon vorher fünf Stunden im Kinosaal saßt, ja. Nee, ich ... Nee, also, wenn ich Bock hab, guck ich aber dieses Krampfhaft. Ich guck jetzt ganz viele Filme und so was. Ich mag's nicht mehr. Ich hab auch ganze Staffeln von Serien durchgebingt an einem Tag. Und auch mal von morgens bis abends Lost geguckt zum Beispiel. Aber woran ich mich auch noch so richtig krass erinnere, ist, ähm ... Das war ein epischer Tag, an den ich immer wieder gerne zurückdenke. Und das ist zweimal passiert. Ich hab's euch auch schon mal erzählt. Was auch bei mir so richtig krass war, und das ist zweimal vorgekommen, ist nämlich, äh ... Ich hab von morgens, also ich hab wirklich morgens um neun oder so was angefangen, dann bis abends, spätabends. Also, eigentlich ohne Unterbrechung. Ich hab selbst beim Essen und ich hab mal kurz geduscht, aber ansonsten hab ich wirklich von morgens bis abends The Walking Dead gelesen, das erste Compendium. Boah, das sind richtig viel erlebt an einem Tag. 1000, 1100 Seiten oder so was an einem Tag. Und dann vor allem ... Boah. Ja, es war der Hammer. Das war richtig geil. Und dann vor allem, damals war das zweite Compendium noch nicht raus. Also, für alle, die keine Ahnung, wie gesagt, 1000 Seiten, 48 Ausgaben, dann hab ich das einfach mit dem zweiten Compendium auch genauso gemacht. Boah. Aber das ist schon cool, ja. Einfach ... Ah, saugeil. Also, vor allem, aber The Walking Dead ist auch noch so ne Reihe, ich kenn keine Comicreihe, die so süchtig macht, die man so nicht aus den Händen legen kann. Ja. Nice. Nice. Äh, es gibt auch ein paar Neuigkeiten aus China übrigens, vom chinesischen Kinomarkt. Und zwar, äh, geht's, es betrifft aber allerdings auch die internationale Filmszene, denn es geht darum, was ist der erfolgreichste Film aller Zeiten? Also, inflationsbereinigt ja nicht. Endgame. Ja. Jetzt ... Nee, nee, aber so, ne? Äh, hat Avatar seinerzeit vom Thron gestoßen. Jetzt wird Avatar aber wieder in China gezeigt. Und, ähm ... Ja. Es könnte damit stattfinden, dass Endgame wieder vom Thron gestoßen wird. Ich nehm mal kurz für euch, Endgame hat 2,797 Milliarden eingespielt, Avatar 2,79 Milliarden. Also, die sind nicht so weit auseinander. Und zwar ... Also, sehr nah beieinander. Und das Ding ist, also, es gibt dieses chinesische Filmbüro. Und die haben, ähm, quasi so ein bisschen eingekauft, sich so eine Liste geben lassen von Filmen, die sie zeigen wollen, wenn die Kinos wieder öffnen in China. So, jetzt haben die das ein bisschen aufgeschoben, bis es wieder komplett zu öffnen ist. So, und jetzt Avatar steht auf der Liste. Und das riecht nach einem großen Erfolg, weil Avatar tatsächlich einer der Filme ist, der für diese Millennial-Generation in China superwichtig ist. Weil das diesen Kinoboom ausgelöst hat mit diesen ... Dass auch Hollywood-Filme in China gut laufen. Ja. Und das war einer dieser Filme. Und dieser Nostalgie-Faktor, der könnte jetzt tatsächlich dazu führen, dass die alle wieder reingehen, weil erstens Kinos wieder öffnen. Und dann ist auch noch so ein Film, mit dem die alle was verbinden. Und damit könnte es wieder sein, dass Roland M., Roland M., ich sag ich schon, James Cameron. James Cameron. James Cameron wieder an der Spitze steht. Was so den Titel erfolgreichster Film aller Zeiten angeht. Ja, aber wird das dann so eine ewige Kettenreaktion, dass dann Marvel oder beziehungsweise Disney damit antwortet, dass Endgame wieder ins Kino kommt, weil's hier einen großen Nostalgie-Faktor hat? Aber der Witz ist, es ist alles Disney. Weil Avatar gehört 20th Century Fox. Also, es ist so oder so, es ist Disney tatsächlich. Aber Avatar würde ich auch noch mal im Kino anschauen. Also, in 3D. Habt ihr recht. So, wie ich es damals noch in Erinnerung hatte, war das schon ein krasses Erlebnis. Das einzige Mal, dass mir 3D gefallen hat. Ja, schon. Boah, bitte. Aber 3D ist auch tot, oder nicht? Mir hat das, ich wollt sagen, mir hat das eine Mal gereicht. Ja, das ist so. Muss den nicht noch mal sehen. Das lag aber vor allem an der Story. Das war halt dieses sehr Bekannte in die Länge gezogen. Ich bin auch gespannt, diese anderen 50.000 Teile, für die er jetzt einfach über zehn Jahre gebraucht hat, was da auf uns zukommen wird. Ob er wieder die Kinolandschaft revolutionieren wird. Genau, da bin ich auch gespannt drauf. Auf jeden Fall. 5D! Ja. Mit Wind und dass es aus Kino gibt. Habt ihr das mit dem Snyder Cut mitbekommen? Auf HBO? Ja, der kommt ja, der kommt ja bald. Auf HBO Max. Für einige Zuschauer und Zuschauerinnen gab's den allerdings schon auf HBO Max zu sehen. Das hab ich mitbekommen. Und zwar, wenn sie den neuen Tom & Jerry abgespielt haben, gab's erst eine kleine Fehlermeldung. Auf einmal lief der Snyder Cut. Mhm. Ein technischer Fehler. Ja, das lief, die haben das relativ schnell gefixt. Ich weiß nicht, wie lange das genau lief, aber die Leute haben den geguckt und haben auch Screenshots gemacht, beziehungsweise am Handy abfotografiert und auf Twitter gestellt. Und HBO und Warner haben das schön runternehmen lassen. Takedown wegen Spoilern und so ein Kram. Also wurde alles von Twitter wieder gelöscht. Aber ganz kurz konntest du's abspielen. Und wenn du auf Pause gedrückt hast, stand dann auch, dass du gerade Tom & Jerry guckst. Also, ja, okay, setz das Kind mal vor diesen Film. Und lass es gucken. Oh, und dann kommt ein sehr, wahrscheinlich sehr harter Film. Weil ich bei 6 mehr davon ausgehe, dass es schon brutal wird. Hoffentlich. Ich will den endlich ... Wir sind in Kontakt, um den hoffentlich vorab sehen zu können, um den auch auf CSB besprechen zu können. Ich hab einfach so Bock drauf mittlerweile. Es ist ... Ich bin eigentlich relativ hype-resistent. Ja, ziemlich hype-resistent. Vor allem, es gab ja auch schon so einen Hype. Und damals, bevor Justice League 2017 gestartet ist, haben wir auch in unserem früheren Leben auf unserem alten Kanal eine längere Videoreihe gehabt. Und da hast du dich ja auch sehr intensiv mit allen Superhelden und Superheldinnen auseinandergesetzt. Und ich glaub, das hat auch das noch mal verstärkt. Und das hat einfach noch mal diese Enttäuschung ein bisschen größer gemacht, dass der so kacke war. Ja. Ach, der auch ohne diese Reihe wär ich enttäuscht gewesen von der Kinofassung von Justice League. Fick die Kinofassung von Justice League. Ja, aber hallo, ey. Wirklich hart. Wow, die ist Crap in so vielen Belangen einfach. Ich wüsste auch gar nicht ... Ich wüsste gerade Charakter. Die Trailer waren geil. Ich glaub, der einzige größte Respekt ist, glaub ich, The Flash. Ja. Den ich ganz witzig fand. Ja, Trailer-Schmäler, ey. Trailer-Schmäler. Ja. Ich hatte auch Probleme. Also, ich freu mich auch einfach wieder drauf, Ben Affleck als Batman zu sehen. Ich hab da total Bock drauf. Ich hoffe, er reicht kein einziger. Ich bin zu alt für den Scheiß. Das ist meine Hoffnung. Ja, das war mit das Schlimmste an der... Das war mit das Schlimmste an der Kinofassung. Dieser lustige. Aber so, also, Darkseid. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, ob das cool umgesetzt wird. Und ich bin gespannt, wie sich diese vier Stunden anfühlen werden. Ob das sich vier Stunden anfühlt, oder ob das so, es geht so smooth rüber, und nach vier Stunden sagst du immer noch, das ist geil, ich will mehr. Bin echt gespannt. Ja, aber ich will mich nicht zu viel selber halten. Das klingt wie ein Mann im Bauch. Ich guck den ganz relax, wenn der rauskommt. Ja. Und dann ... Ganz relaxed. Aber ich campe jetzt nicht vorm Fernseher und sage, oh, da ist er, und los geht's. Sondern, komm, das sind vier Stunden, das guck ich nicht nach Feiern, das guck ich, keine Ahnung, vielleicht freitags oder samstags oder sowas. Wenn man hinten raus nicht sagt, fuck, jetzt ist es ein Uhr nachts. Kommen wir jetzt zu unserer altbekannten, superbeliebten Kategorie, die Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video und auf Twitter unter dem Hashtag Cinematalksback eine Frage stellen, die wir hier beantworten. Und mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich hab die Frage auf Twitter gestellt, ich hab den falschen Hashtag benutzt, und zwar Cinematalksack. Cinematalksack. Scheiße. Cinematalksack. Trotzdem sind Fragen reingekommen, und ich hau einfach mal eine raus, und zwar Jasmin Kim fragt, bei welchem Film wart ihr so richtig traurig, dass er vorbei war, beziehungsweise welchen Film hättet ihr ewig weiterschauen können? Hashtag Cinematalksback, Hashtag Cinematalksack. Ich find, ich find diese Frage so lustig, weil, Filme, die ich als großartig bezeichnen würde, die ich großartig fand, die ich gut fand, sind auch mit unter anderem deswegen so großartig und gut, weil sie ein großartiges, gutes Ende haben. Und ich bin dann immer sehr glücklich, dass sie vorbei sind. Also auch so eine ganz positive Art und Weise. Nicht, boah, zum Glück kann ich jetzt diesen Film nicht mehr gucken. Deswegen ist bei mir wirklich, ich könnte dir ganz, ganz ehrlich nicht einen Film nennen, bei dem ich mir dachte, boah, der hätte aber ewig gehen können. Nein, der ist ja genau so, wie er sein soll. Das Ende ist genau richtig für diesen Film und so weiter und so fort. Ich glaub, das sind so zwei verschiedene Sachen. Einmal, klar, der Film könnte länger sein, oder ich möchte mehr aus diesem Universum sehen, also aus dieser Filmwelt. Also zum Beispiel nehmen wir mal Blade Runner. So, ja, ich möchte mehr aus der Welt von Blade Runner sehen. Oder ich möchte mehr Indiana Jones Filme im Stile der ersten drei sehen. Ja, ich möchte davon einfach ganz viele Filme sehen. So was. Ich möchte ganz viele Godzilla Filme sehen. Ich möchte also einfach so dieses, ich möchte mehr dieser Art Filme. Eintauchen. Ja, genau. Oder ich möchte mehr Filme im Stil von der Pate an sich haben. Also, so klassisch Mafia-Ding zum Beispiel. Ähm, so ein Film, keine Ahnung, so, boah, der könnte jetzt noch eine Stunde weiter so gehen. Das ist, finde ich, auch was anderes. Und da ist es schwieriger zu beantworten. Also, eher so ein Film, der, ein guter Film, der trotzdem so ein abruptes Ende hat. Puh. Ja. Schwierig. Also, ich muss, ich, okay, vielleicht doch in die Richtung, ich finde, ich fand so was wie Crank. Der war halt einfach über die gesamte Laufzeit einfach spaßig, witzig und kreativ und da war es schon so. Ja, der hat einen zweiten Teil bekommen. Und ich finde, bis heute, es wird ein dritter Teil. Das wäre, ja, mehr Crank. Bitte, mehr Crank-Universum. Ich möchte, dass Crank ein Cinematic-Mut schön wird. Wie sie einfach diesen zweiten Teil dann, CCU, das ist wie der erste Teil, bloß, ah, jetzt ist es was anderes. Ja, bitte. Elektrizität. Jetzt ist es Strom. Ach, voll geil, genau das war es hier. Mehr von dem einfach. Krieg doch ein Remake mit The Rock in der Hauptrolle. Nein, Quatsch. Ja, aber die haben ja dann tatsächlich, die haben ja mit Jason Statham das Transporter-Universum einfach komplett ausgeschlachtet und da auch Sachen gebracht, die so, ne, nicht vom Belang sind, würde ich mal vorsichtig sagen. Da gibt es auch eine Serie. Aber, ja, aber so einen weiteren Crank-Teil, das wäre es. Aber der genauso lustig und kreativ ist wie die ersten beiden. Jonas, hast du noch einen Film, den du unendlich weitergucken willst? Genau wie Alper gesagt hat, also ich bin dann eher froh, also ich bin traurig, weil es zu Ende ist, aber ich bin nicht traurig, weil das Ende so schön ist. Okay. Ich habe aber, warte, ich habe aber noch eine Geschichte dazu, nämlich zu Fluch der Karibik 3. Den habe ich damals, ein bisschen random, ich weiß. Das vermischt sich, ne? Das ist so ein Teil, der so, ich habe die alle gesehen, aber es ist so, das ist tatsächlich so ein Universum, das vermischt sich. Es gibt einen Teil, der so tausend Twists hat und sich immer wieder wendet und dreht und ich glaube, es ist der dritte, der auch eine Laufzeit von drei Stunden oder sowas hat. Gott. Ähm, der hat so, der hat so tausend Twists und der ist doch ein Verräter und der ist ein Verräter und der ist ein Verräter und der ist doch kein Verräter und so weiter und so fort. Ähm, wenn es der zweite ist, ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der dritte war. Und ich saß mit Freunden im Kino und ich hatte zwischendrin, also in der Mitte hatte ich schon keinen Bock mehr. Und dann war der Film vorbei oder so kurz vor Ende und da hat halt ein Kumpel neben mir, also eigentlich, was heißt Kumpel, also mittlerweile habe ich nichts mehr mit dem zu tun, aber damals waren wir tatsächlich ganz gut befreundet in Schulzeiten, wie sich das halt leider so traurigerweise manchmal verläuft. Ähm, der hat gesagt, boah, dieser Film könnte zehn Stunden gehen und ich würde den immer noch erledigen. Ich hatte mal so ein ähnliches Erlebnis. Ich will nicht mehr. Ich war bei meinem Cousin und dann war ein Kumpel von ihm da, dann ging es um Filme und dann haben wir im Fernsehen geschaut und dann war der Vorschau für hier Otto, sieben Zwerge, ne, sieben Männer allein im Wald oder wie heißt der, dieser sieben Zwerge Film. Mhm. Und der hat, ich konnte das nicht verstehen, er hat das so dargestellt, als ob das der witzigste und beste Film war, den er je gesehen hat. Ich hab das nicht verstanden, weil so alles, was ich, also ich hab den auch schon mal teilweise gesehen und da hat sich alles in mir gesträubt dagegen. Aber das ist echt witzig, so wie so Geschmäcker auseinandergehen können. Aber der hat, der fand den so witzig. Ja. Es war was ganz anderes, aber hab ich euch jemals die Geschichte von dem Film Scheißkalt erzählt? Was? Ich glaub nicht. Es gibt einen Film, der heißt Scheißkalt, der ist unter anderem mit Zach Galifianakis. Zach Galifianakis spielt darin natürlich mal wieder einen Idioten, der, es geht irgendwie um eine, der Film an sich ist total vergessenswert. Es ist eine Komödie über eine, über so ein Skiresort, das aufgekauft wird von einem großen Konzern und die wollen aber ihren Lifestyle so behalten als so verrückte, kiffende Skifahrer, Lehrertypen, sowas in der Art. Und dann müssen die auch, weil der Konzern halt dann auch ein Drogenverbot einrichtet, müssen die eine Urinprobe abgeben. Und das war eine Szene, die, also ich hab den mit einem guten Kumpel damals geguckt und da kam es zu diesem Moment, also es ist eine wunderschöne Einstellung, eigentlich toll gedreht, also meiner Meinung nach der einzige Gag in diesem Film, der wirklich redenswert ist. Da wird halt so nacheinander, da soll erst die gesamte Belegschaft, das gesamte Team soll halt den Becher mit Urin dahin abstellen, für die, die das testen. Und dann wird halt immer wieder so Urin hingestellt und dann kommt Zach Galifianakis und haut da halt so den Becher rein und dann ist auch im Becher so ein großer Kackhaufen. So eine Kackwurst. Und ich kann euch nicht erklären, warum, aber dieser Kumpel und ich, die fanden das, dass das die Krone der Comedy war, das Lustigste, was wir je gesehen haben. Ich muss jetzt sagen, wir waren 15 so. Und ich werde diesen Lachanfall nie wieder vergessen, weil es war immer in so einem mittelmäßigen total vergessenswerten Ich finde, der hat einen witzigen Gag und der Rest ist vergessenswert. Und jetzt, haaa! Da werde ich ewig auf alle Zeit mit dir aufgeregt sein. Alleine, wenn der Hund von der Bridge gekickt wird. Das ist so absurd. Von Jack Black. Ja. Ist es Jack Black? Ich glaube schon, dass es Jack Black ist, der Motorradfahrer. Ja. Oh Mann. Milk was a bad choice! Das ist lieber Inkerman. Oh ja. Nils hat auch noch eine Frage für uns und zwar. Ja. Äh, da können wir auch ausholen. Meint ihr, dass Antikriegsfilme wirklich funktionieren? Als ich jünger war, waren Filme wie Fullmetal Jacket, Platoon oder Apocalypse Now für mich nur cool und ich habe die Kritik nicht wirklich wahrgenommen. Hashtag Cinema Talks Back. Hashtag Cinema. Talks Sack. Talks Sack. Da hast du mal eine Frage rausgesucht. Ich glaube, ich weiß, also es ist echt ein Ding, weil, ja, das Ding ist aber wirklich, glaube ich, dass viele Leute tatsächlich nicht die Kritik sehen, sondern zum Beispiel finden, dass die, wo wir bei Fullmetal Jacket sind, die Anfangsjahr ist richtig geil, boah, wie die da auseinandergenommen werden. Dass die Leute sowas feiern oder halt auch den Ritt der Valkyren in dem Film. Oder auch als Komödie Fullmetal Jacket. Also ist der ja zum Teil auch, aber so, ich erinnere mich an mein Ding, wo es auch immer natürlich hieß, boah, dieser Drill-Instructor, der ist so krass und so. Ja, ja. Wo das halt nicht so, ich glaube, das wird ja immer so aus der Distanz wahrgenommen, nicht so, oh Gott, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn jetzt einer mich so zusammenscheißen würde, sondern eher so, ha, ha, guck mal, dieses typische sich über andere so schreien. Also übrigens auch diese Drill-Fargen-Szene, und er meinte irgendwie, dass diese ganzen Ausspieler so auf diesen Film stehen. Mhm. Ja. Ja, also das, das liegt ja auch, es kommt ja immer auf die Zeit an, so ein bisschen, M wurde ja auch komplett anders wahrgenommen in verschiedenen Zeiten, also von Fritz Lang, der Film, welche Aussage hat er denn jetzt wirklich? Und so was, das verändert sich halt auch so ein bisschen. Das verändert sich. Wer, wer dann den Film gut findet, warum nicht und so was. Schwierig. Das wird, das wird von unterschiedlichsten Gruppen auch ganz und unterschiedlich wahrgenommen und anders glorifiziert und manche Antikriegsfilme werden von vielen erwachsenen Menschen. Also er schreibt ja, der liebe Nils schreibt ja so, als wäre es irgendwie, ne, wenn man jünger ist, ist es so, aber ich kenne viele Erwachsene, die auch teilweise dann Filme einfach missverstehen. Weil ich glaube, bei Subura, das war halt auch wieder so ein Fall, wo es halt bei mir selbst auch aufgefallen ist. Einfach, weil ich halt diese Wissenslücken habe, was Subura angeht, ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel aus diesem Film halt einfach Film an mir vorbeigegangen, kognitiv, also sowohl vom analytischen Denken her als auch irgendwie von den Emotionen her. Ja. Ja. Beim Partner ist es ja auch so, dass der ja auch, wenn ich richtig filmiert bin, von der Mafia quasi so ein bisschen glorifiziert wird, weil da wird ja auch vorgehoffen, dass er dieses Mafiatum auch ein bisschen zu sehr romantisiert, dass man sich dann fühlt, ja, geil, das ist schon cool, so mit Familie und Macht und Geld und man sieht das Ende ja dann irgendwie nicht. Da gibt's ja auch, das ist ja der Anfang von Gomorra. Tony Montana, cooler Typ. Wo auch so zwei Jugendliche durch Häuser durchrennen so tun, als wären sie Tony Montana und das Ganze glorifizieren. Ja. Ja. Aber ich habe auch ein kleines Problem mit der Frage an und für sich. Wenn er fragt, meint ihr, dass Antikriegsfilme funktionieren? Inwiefern muss ein Kunstwerk, ein Film funktionieren? Es mag sein, dass das Teil der Botschaft ist, aber es ist nicht Sinn und der alleinige Sinn und Zweck, das ist viel zu komplex, um es so auf einen Satz runterzubrechen. Es ist ja kein übertriebenes Spiel, kein Propagandawerk, also kein Auftrag, dreht mal einen Film, der unbedingt zeigt, dass Krieg etwas Schlimmes ist. Ja. Also, ist ja keine, so in die Richtung würde ich das eher sehen, Aufklärungsfilm soll es ja nicht sein eben. Sondern halt den Kunstaspekt haben. Absolut, ja. Ja, deswegen ganz, ganz schwer zu beantworten eine Frage und ich glaube, das würde auch irgendwie jeder Fachmann oder jede Fachfrau, egal aus welchem Bereich, ob aus der Psychologie, aus der Soziologie, ob Filmwissenschaftler oder was auch immer, ich glaube, jeder wird das irgendwie ein bisschen anders beantworten und trotzdem würde man dann nicht auf eine einheitliche Antwort kommen. Also, es ist ein sehr komplexes Thema. Die letzte Frage kommt von Vortex Mars auf Twitter. Habt ihr private Momente, in denen ihr, zum Beispiel vor lauter Film im Beruf, so gar keinen Bock auf Film habt, wenn zum Beispiel euer Partner, Partnerin einen Film schauen möchten? Achso. Ja. Durchaus. Ja. Immer wieder. Ja. Ich kann zum Beispiel das Beispiel nennen, wenn ich den, ich habe zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, ich habe Star Wars Episode 9 gesehen in der Pressevorführung, The Rise of Skywalker und bin kein Fan, Fan des Films, ganz im Gegenteil, aber dann sagt halt meine Partnerin irgendwie, ich will den sehen, lass uns ins Kino gehen, jetzt, nächste Woche, morgen, was weiß ich. Und dann stehe ich halt da und denke mir so, oh ne, also es kommt schon vor. Nicht so schnell schon wieder den. Mhm. Ähm, also so generell habe ich das manchmal, dass ich Filme dann nicht mehr so gerne gucke. Also, ich glaube, im Dezember hatte ich das, da habe ich relativ viel gezockt. Also, dann habe ich mal so ein, zwei Monate, da gucke ich echt nur ein, zwei Filme, aber dann habe ich wieder richtig Bock, was zu schauen und was Gutes. Aber meistens ist es so, dass es davor, dass ich da ganz viele schlechte Filme geguckt habe, aber so, ähm, mit meiner Partnerin habe ich da eigentlich nie ein Problem, weil die halt auch alles mit mir schaut und alles mit Untertitel und wirklich in jeden Film reinkommt. Außer schwarz-weiß. Das ist lustig. Aber bei mir ist es genauso. Zeigt ja unser Video darüber. Ja. Fälligst. Oh Mann. Äh. Hast du das denn, Marius, dass du dann tatsächlich privat auch... Ich glaube, das ist eher so, wenn sowas Großes war wie Game of Thrones, ähm, wenn dann Leute sagen, ja, lass das gucken, nee, gerade so exzessiv geguckt und ganz viel drüber auch gemacht. Ich brauche eine Pause dann von gewissen Franchises her, weil wir ja den Vorteil haben, dass wir manchmal Sachen früher sehen. Aber ich glaube, das ist eher so eine Sache, ähm, wenn es um Diskussionen über solche Sachen geht, so, ach, naja, ich möchte jetzt nicht nochmal über den Film reden, weil wir haben in den letzten 20.000 Podcasts drüber geredet, dann haben wir privat nochmal drüber geredet, jetzt, nee, nee. Ja, doch, also es kommt schon dann zu so einer Übersättigung. Ja, genau. Definitiv. Ja. Aber, ja, aber ist jetzt in letzter Zeit nicht vorgekommen, dass ich irgendwie was gucken musste. Ja, gut, keine Pressevorführung, kein gar nichts, das könnte mal wieder losgehen, ne? Ja. 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 Aber das war unsere letzte Frage für heute, wenn ihr noch was dazu sagen habt, das ist jetzt eure Chance. Ansonsten verlinken wir euch hier natürlich unseren letzten Podcast und das letzte Video von kurz gesagt, weil das ist immer geiler Schizzel. Immer. Abonniert Cinema Strikes Back für mehr geilen Kram. Immer. Immer. Läutet die Glocke und bewertet uns durch allen Podcastsachen. Immer. Dann hören wir uns wie jedes Mal jeden Freitag wieder. Ab jetzt? Was? Was red ich? Nächsten Freitag sind wir wieder da. 17 Uhr mit dem Podcast Cinema Talk Sack. Okay. Cinema Talk Sack. Tschüss! Auf Wiedersehen! Schönen Abend.